Und macht es euch immer Spaß oder ist das manchmal auch so eine Art Verpflichtung, dass ihr sagt, da müssen wir jetzt aber hingehen? Ja gut, das Wetter spielt natürlich eine Rolle. Also wenn das jetzt so ein Wetter ist wie heute, da kommt jeder gerne in dieser Kleidung hierher. Wenn es dann kurz vorm Ende regnet und man seine ganzen Sachen nass nach Hause bringt und zu Hause alles ausbreitet, macht es weniger Spaß. Dafür ist es natürlich heute besser, wenn man hier eine Hütte hat, brauchst du nur einmal fahren mit dir selbst und deinem, was du heute hier machen willst. Und musst nicht dein ganzes Geschirr hinbringen, deine Felle, deine Möbel, deine Truhen und sowas, das kann man alles hier lassen. In den Anfangszeiten sind wir manchmal dreimal mit dem Auto hergefahren und haben Sachen hergebracht.